Hey Leute, in diesem Video erfährst du erstmal, wie man bei Twitch ein Abo kündigen und somit so schnell wie möglich beenden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert am Handy, in der Desktop-Version und am PC relativ ähnlich, doch zur besseren Veranschaulichung zeige ich es einfach mal am PC. In einem beliebigen Browser sollten wir zuerst einmal www.twitch.tv öffnen, anschließend natürlich auch mit dem entsprechenden Account einloggen und dann einmal rechts oben auf dein Profilbild draufklicken und Abonnements auswählen. Wir können auf der linken Seite sehen, dass ich ein kostenloses Prime-Abonnement abgeschlossen habe. Wie man das Ganze bekommt, habe ich auch schon in einem extra Video einmal gezeigt und dieses läuft in 31 Tagen aus. Hier kann und muss ich also nichts ändern, da es einfach kostenlos deabonniert wird. Auf der rechten Seite habe ich aber ein kostenpflichtiges Abonnement und da sehen wir jetzt auch schon rechts oben dieses kleine Zahnrad Abonnement bearbeiten und wenn ich da draufklicke, kann ich entweder meine Stufe ändern, die Zahlungsmethode ändern, eine Erstattung anfordern. Das sollte man übrigens wirklich nur machen, wenn man zum Beispiel gehackt wurde oder wenn es beim Kauf irgendwelche Schwierigkeiten gab und den Reiter Abonnement nicht erneuern. Das möchte ich, weswegen ich hier einfach mal draufklicke. Auf der nächsten Seite werden wir nochmal gefragt, ob wir die Kündigung wirklich durchführen möchten. Ja, das möchte ich, weswegen ich noch einen Kündigungsgrund angeben müsste. In meinem Fall einfach Sonstiges und wenn ich mir ganz sicher bin, dann klicke ich auf den roten Button Abonnement nicht erneuern. Zum Schluss erhalten wir auch schon eine kleine Kündigungsbestätigung und wie lange ich meine Vorteile bei dem Streamer trotzdem noch nutzen kann und somit haben wir jetzt auch schon ein Abo auf Twitch richtig gekündigt. Wenn du übrigens selbst Streamer bist und deine Qualität deutlich verbessern möchtest, dann einfach mal am besten unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den derzeit besten Streaming-Zubehör-Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.